moin liebe freunde der gepflegten landwirtschaft wir haben halb fünf und wir fahren jetzt richtung norden weil für mich geht es am wochenende nach witbeck zum trekker trek mit den eckigen brüdern kennt ihr bestimmt bei instagram verlinke ich euch hier mal und ich werde jetzt gleich abgeholt und dann geht es los ich höre euch auf dem laufenden also bis gleich so leute wir sind schon an hannover vorbei wir haben mittlerweile kurz nach sechs und haben noch 165 kilometer vor uns und dann gibt es noch was zu essen und dann gibt es geile trecker ja freunde wie schnell man doch im norden sein kann wir sind angekommen und wir gehen jetzt noch mal entspannt ein bisschen frühstücken und dann geht es auch schon los mit programm dann gehen wir hier zu den bekannten und werden da ein bisschen trecker begutachten und mal schauen wie so der verlauf des tages wird ich kann auch gar nichts genau dazu sagen aber ihr seht ja gleich im video also bis gleich so liebe freunde wir haben jetzt gerade ein bisschen was gegessen und sind alle gesättigt johannes was sagst du zum essen war super super geiles frühstück und wieder mal richtig toll in schleswig-holstein zum sein oh ja ich war noch nie genau also ich war ja noch nicht hier oben deswegen finde ich es umso schöner wir fahren jetzt hier zum philipp und dann gucken wir mal was dass da so für trecker rumstehen herzlich willkommen in schleswig-holstein ich würde sagen wir sind alle gut angekommen auf jeden fall seid ihr gut angekommen scheiß wetter aber machst du nichts schießwetter geht doch mein trocken ja und ich glaube hier steht was ganz besonderes drin vielleicht so dann gehen wir mal in die heiligen hallen hier würde ich sagen ist das geil oder ist das geil 9 26 und 9 30 tms bist du verrückt unternehmen stehen natürlich noch ein 6 11er und ein 6 15 mehr geht nicht leute mehr geht nicht guckt euch das doch mal an das ist ein paradies für jungs wie mich wahnsinn echt wie das glänzt unglaublich echt jetzt machen wir erstmal ein shooting 2 9er nebeneinander mehr geht nicht so angenommen mehr sind jetzt mal die qual der wahl welchen würdet ihr nehmen wir machen jetzt mal auf eine gutachtung von dem 9 30 alter der hat alles drinne ne guckt euch das an hier fußmatten 10.800 stunden aber das ist ja wie geleckt das ist ja wirklich von von hydraulik von ehr von zapfwelle vier steuergeräte haben sie ja alle das lenkrad finde ich ja total geil mega wirklich ja leute das pooling geht zwar erst morgen los aber der tag heute lohnt sich auch schon jeder von denen war mal der größte fan den es gab 930 tms 926 und 615 615 lsa und der philip hier auf dem 615 das müssen wir uns nachher nochmal genauer angucken der hat sogar ein längssystem nachgerüstet aber guckt euch das doch einfach mal an das ist fan geschichte hier fan geschichte wahnsinn echt also ich glaube das ist mit der geilste 615 den ich gesehen habe das ist der von lennart ganz liebe grüße schon gut aber das hier toppt die ganze sache nochmal ein kleines bisschen weil der ist halt echt echt zack oder wirklich ja hier auf dem 615 der hat längssystem drauf mit rtk das funktioniert auch richtig gut für grobernen zum beete machen ist das natürlich optimal weil ohne längssystem wisst ihr alle dass beete nicht so nice sind wenn ihr mit 600er mal grober ist oder so ist das schon echt echt gut ja der tracker hat 10.300 Stunden. Baujahr ist 1985, also 1985. Wenn du das mal hochrechnest, 40 Jahre, 10.000 Stunden, ist eigentlich nichts. Das ist natürlich auch ein reines Hobby der Trecker, also echt richtig gut. Sowas gefällt mir. Irgendwann habe ich auch noch mal einen. So, Einhängergewichte sind drin, wird dann wieder eingeparkt und morgen kommt er raus. Geile Sache. Ich bin mal gespannt. Ich war noch nie beim Pulling dabei, wie das so abläuft. Jetzt lass mal den Abend noch ein bisschen ausklingen. Ne, Johannes? Ja, ein paar Cola Korn und dann schauen wir mal, was so heute Abend noch geht, oder? Cola Korn bringt uns nach vorn. So sieht's aus. Wink mal schön in die Kamera. Moin. Moin. Jetzt geht's ab zu saugen. Oh ja. So, also dann sehen wir uns morgen. Moin Freunde, wir sind wieder on Tour. Wir sind hier ein kleines bisschen im Zeitstress, weil wir heute nicht so gut aus dem Bett gekommen sind und weil wir eben noch eine Zwangslenkungskupplung abholen mussten von anderen Kollegen. Deswegen sind wir jetzt hier mitten in nirgendwo und fahren hoffentlich in die richtige Richtung. Und dann holen wir die anderen ein, weil die sind mit dem Schlepper schon losgefahren, damit die pünktlich da sind. Genau. Also schauen wir mal, was wird. Bis gleich. Alter. Ich würde sagen, wir sind angekommen. Ich bin echt gespannt, was das heute gibt. Echt. Da stehen ja so viele eckige Fans. Ja. Bist du verrückt. Das ist ja Wahnsinn. So, hier steht die Mafia. Dabei ist auch ein Sexy930. Zu wild. Also ich bin hier echt im Paradies gelandet. Und hier gibt es einfach nur grün und eckig. Ein TMS. So ein 600er. Und Johannes. Auf nem Gewicht. Hallo. Moin. Und Schnackig ist auch dabei. Echt mega. Ich bin mal gespannt, was ich hier für Bilder machen kann. Ja, Freunde. Ich stehe jetzt hier mittendrin im Getümmel. Wir ziehen gerade die Bahn hier platt. Und da hat es schon eben einen so ein bisschen zerlegt. Da ist ein bisschen abgeraucht. Keine Ahnung, was da jetzt genau passiert ist. Aber er hätte auf jeden Fall seinen Pullen nicht verändern können. Aber es ist manchmal so. Ja, da hinten stehen noch ein paar Neuner und ein paar Achter an. Und glaube ich auch ein 7810. Ja, mal schauen, wie weit die hier alle kommen. Auch wild. Und der Auspuff ist geil. Fett. passiert. Fett 824, Favorit. Auch ne Legende. Schön mit einem eckige Brüder...Instagramaufleber auf der Tür. So muss das sein. So, jetzt kommt der Lasse dran mit dem 39 TMS. 81 Meter, ist schon mal ordentlich. Fendt Favorit 926, mehr geht nicht. So Freunde, Fendt 926 von Schnacki, aber ohne Schnacki. Keine Ahnung, wo er gerade rumsteht, aber hier wird auf jeden Fall sein Trecker. Ja, die 9 Tonnen Klasse ist jetzt durch und als nächstes kommt die 10 Tonnen Klasse. Da haben wir jetzt schon alle Schlepper für gewogen. Und weil alle anderen da unten stehen, dachte ich komm, du bist mein Ehrenmann und holst mal den 29 von Achim auch da runter, damit er dich nochmal hier hochlaufen muss. Und jetzt hat er mir einen Schlüssel in die Hand gedrückt. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir das Ding hier bewegt kriegen. Ich bin noch nie ein Favorit-Vario gefahren, doch bin ich, klar. Aber nicht so einen hier. Geil, das ist der Schlüssel. Und dann schlafen. So, die Lepper ist angekommen, ich würd' mal behaupten, ich kann es noch. Achim, ich bin nicht gefahren. Weiß ich nicht. Ich hab nichts gesehen. Ich bin f***ig. Achso. Na ja, gut. Musst du mal angucken. Ich sitze jetzt hier gerade bei Achim auf dem Trecker drauf. Der Favorit 920 und ich wollte euch einfach mal zeigen, dass da vorne noch ein 930 steht und hier noch ein 930 steht und dann ein 926 steht und dann noch ein 926 steht und hier ein 824 steht. 818, 930, 926 und da hinten steht glaube ich noch ein 930. Das ist total irre, was hier oben noch an diesen alten Fynn fährt. Und auch hier der vom Achim, der hat jetzt fast 18.000 Stunden und das finde ich halt richtig cool, dass das alles noch so am Leben erhalten wird hier oben. Das ist schon echt Wahnsinn. Achim, was machst du mit dem Trecker eigentlich so hauptsächlich? Bestreuen, Mais fahren, haben sie ja nicht als Bordarbeiten, ein bisschen Acker noch. Ja, richtig cool. Irgendwann habe ich auch nochmal. Irgendwann. Ich sag's euch. Aber jetzt erst nochmal ab auf die Piste und ein paar Bildchen machen. Also bis gleich. So, wir stehen jetzt hier an der Bahn und jetzt kommen wir gerade ein 930 TMS angefahren. Ja Leute, jetzt kommt der Achim. Ich bin mal gespannt, was der jetzt so wegreißt hier. So. 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 Und da vorne kommt schon der nächste. Ist natürlich kein geringerer als Axel Schnacki. Bin ich mal gespannt, was der hier wegzieht. Aber der ist auch mit ganz vorne dabei auf jeden Fall. Der hat natürlich auch einen schicken 926, das muss man mal so sagen. So. 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 So, so. So. Ciao. So. 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 SchauxboxiUUuu. 90 92 Der zieht durch 95 und Pull Pull Sehr stark Der ist auf jeden Fall laut Und schafft aber auch einen Pull Pull Jawoll Es gibt auf jeden Fall ordentliche Stechen heute Also haben schon viele geschafft bis jetzt einen Pull 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 Das war Kevin mit dem Fanfavorit 824 Das ist eigentlich mein Lieblings Das ist eigentlich mein Lieblings 824 Das war Kevin Du kennst keinen der schöner ist Du würd ich auch gern mal auf dem Ackerfotokal gehen Also Kevin wenn du das siehst Sag Bescheid Ich würd sagen das war's für heute Die hatten ja so'n schwarzen Rad Die stehen sie alle Das machst du auch So Freunde letzte Aufnahme für heute Abend Ihr fährt jetzt nochmal ein K700 und das wollte ich jetzt einfach grad nochmal festhalten So'n Ding hab ich ja nicht in echt gesehen So Also War ein schöner Tag Wir sehen uns morgen In alter Frische Also bis dahin Guten Morgen Freunde Es ist Sonntag Ostersonntag 31. März Wir haben hier im Landhotel Müllhagen geschlafen Sehr schöne Unterkunft Und gleich gibt's was zu essen Und dann haben wir eigentlich noch ein bisschen Zeit bis es nach Wittbeck geht Mal schauen wie wir uns den Tag heute vertreiben Aber ich glaub es wird nicht langweilig Also bis gleich So Sachen sind gepackt und dann sind wir auch schon wieder Abreise fertig Ja ich will euch jetzt noch mal eine Frage stellen Gestern war ja die Entscheidung schon schwierig zwischen dem 615 dem 926 und dem 930 Heute fehlt's mir noch ein bisschen schwerer irgendwie Weil Das ist nochmal eine andere Nummer 29 Favorit 824 Favorit 39 TMS Und noch ein 39 TMS Und alle Trecker vom Allerfeinsten Also Dass man die viermal nebeneinander irgendwo stehen sieht Ist glaube ich auch nicht so oft Ja schauen wir mal was wir jetzt noch so machen Erstmal bezahlen und dann geht's weiter Wir sind jetzt auf dem Weg nach Wittbeck Und man sieht ja auch schon die ersten Da weiß man gleich Bescheid wo die hinwollen Da weiß man gleich Bescheid Oh geil So wir machen jetzt hier mal einen kleinen Zwischenstopp Auf einer Biogasanlage die wir uns mal anschauen wollen Und die Jungs hier sind alle heiß hier Das ist halt auch wirklich heftig Also in den 824 habe ich mich echt verliebt So auf geht's nach Wittbeck Ich war heute beim 9er mit Geil Wir sind jetzt hier angekommen in Wittbeck Im Fahrerlager und Es ist schon wieder grün und eckig Und grün und gelb Aber größtenteils grün und eckig Es ist einfach nur wild Wirklich geil So jetzt holen wir uns ein Eintrittsbändchen für die Party Und dann geht's hier los Erstmal Scheiben putzen hier Geil Und dann geht's noch mal Startnummer 32 Startnummer 32 In so eine halbe Bahnbrücke reingehangen Richtig schicker Trecker mit Haarkennzeichen Richtig gut restaurieren Auf jeden Fall schauen wir weiter Sehr gut 53 Meter Weiterheiz der 39 Ich weiß ich ihm Es ist tatsächlich einfach ein bisschen stumpf Hier einfach an der Bahn zu stehen und eins zu filmen Deswegen mach ich das mal ab und zu mal Wir sind jetzt gerade in der 10 Tonnen Klasse Auch schon ziemlich am Ende Was ich noch spannend finde ist nachher die Sportklasse Da bin ich wirklich mal gespannt drauf Was da so für Dinger hier auffahrt Aber sonst Ja so ein paar geile Karren sind schon dabei Muss ich ja sagen Jetzt hier Neuner Gen 3 Mit Edelsteilrohr Ist ja auch wild Und in Schwarz Boah Oh 900 Cent 936 So ich habe jetzt meine Sachen wieder ins Auto gebracht Ich habe eben noch den echten JP Agrar getroffen Ein bisschen mit dem unterhalten Und ja Jetzt lassen wir den Arm so ein bisschen ausklingen Ein paar sind jetzt noch dran Aber Ich könnte mir jetzt glaube ich auch mal ein Kaltgetränk Also bis dahin Ey Leute ihr glaubt's Ey wir haben Bier Ich hab einfach im SafeJay Bier Agrar getroffen Mach mal Hallo Prost Ich hau jetzt ab Die ganzen anderen Leute machen noch ein bisschen Party Aber für mich reicht's Der Tag war anstrengend genug Das ganze hin und her gerennen Und ja Jetzt freue ich mich aufs Bettchen Morgen reisen wir schon wieder ab von hier Und es war ein richtig schönes Wochenende Viel erlebt Viele coole Trecker gesehen Genau also Würde ich mich mal verabschieden Und sagen bis morgen Ja moin Freunde Wir haben ausgeschlafen Und packen unser Auto gerade voll hier Und dann fahren wir nochmal frühstücken in Husum Und dann treten wir die Heimreise an Wir haben ja schließlich noch ein paar Kilometer vor uns Und der Gewinner der 10 Tonnen Klasse Lasse Gerken Schiet Wetter hier Wir haben ja jetzt Die Jungs wieder zu ihren Treckern gefahren Die haben hier bei dem Bekannten auf dem Hof gestanden über Nacht Dass da nichts passiert Und wir treten jetzt die Heimreise an Heute hätte es auch keinen Sinn mehr gemacht Noch mal irgendwas zu pullen Weil es regnet einfach wie aus Eimern Das ist einfach nicht schön Genau deswegen Richtige Entscheidung Wir fahren jetzt rein Und wir sehen uns dann im AWM Vlog Nummer 8 würde ich sagen Also bis dahin Machts gut So Achim Machs gut Paul No Oh Oh Diam Trans Oh Ke